Auf Abschlusskundgebungen haben die Parteien in Deutschland noch einmal um Stimmen geworben. Auf der Veranstaltung von CDU-CSU in München mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wetterte Laschet gegen die SPD. Und sie fangen wieder an mit ihren alten sozialistischen Zöpfen der 80er Jahre. Bürokratie, Steuererhöhung, Leute bevormunden, ihnen vorschreiben, wie sie zu reden haben. Nein, wir haben selbstständige Bürger, die wissen das besser als diese Ideologen, die da herumlaufen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will in die Spuren von Merkel treten. Auf der Abschlusskundgebung auf dem Heumarkt in Köln erklärte er. Wir brauchen einen Aufbruch für Deutschland, wir brauchen einen Regierungswechsel und wir wollen eine von der SPD geführte Regierung. Schön, dass Sie alle da sind. Es wird keine weitere Steigerung des Renteneintrittsalters geben und wir garantieren ein stabiles Rentenniveau in Deutschland. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach auf ihrer Abschlusskundgebung in Düsseldorf über die Klimakrise. Hallo zusammen, schönen guten Abend. Erneuern wir dieses Land und holen das Beste aus Deutschland heraus. Und dafür treten wir an, Robert Habeck und ich, dafür treten wir an, Bündnis 90 die Grünen und Hunderttausende Millionen von Kindern und Jugendlichen, die heute auf die Straße gehen und sagen, macht endlich Politik und labert nicht länger mehr. Auf der Abschlusskundgebung der AfD in Berlin warb Spitzenkandidatin Alice Weidel auch um die Stimmen der Impfgegner. Ich habe nicht gelesen im Grundgesetz, dass man unterscheidet nach Impfstatus, nach ungeimpft und geimpft. Ich lese, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Am Samstag soll es nur noch kleinere Parteiveranstaltungen geben. Die Bundestagswahl am Sonntag gilt wegen der großen Zahl an Unentschlossenen als offen.